Ich bin die Julia und bin hier, weil ich gerade als Sängerin starte. Man hat hier die ganze Bandbreite mitbekommen und da war aber wirklich alles dabei. Wie vermarkte ich mich, wie verkaufe ich mich, Webseiten etc. Also wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann und das innerhalb von drei Tagen. Und genau deshalb würde ich das auch absolut weiterempfehlen.